Heute wurde es wirklich unfair. Ihr hattet die komplette Kontrolle über mein Inventar. Besser gesagt, konntet ihr alle 5 Minuten ein Item aus meinem Inventar löschen. Und was ihr die ganze Zeit aus meinem Inventar gelöscht habt, das muss ich glaube ich gar nicht erwähnen. Dennoch, wir sehen uns jeden Tag live auf twitch.twitch.tv slash tian.tv Ansonsten liked das Video für den Algorithmus, schreibt einen Kommentar, was ihr als nächstes sehen wollt. Und jetzt viel Spaß mit diesem geilen Video. Wir haben einen Koppel, wir haben Sticks, wir haben einen Crafting-Table. Geh rein da. Go, 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 go! Was? Oh mein Gott, oh nein, 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 nein. Meine Pfeile! Ey, der Run war so schön. Ich kann... Was wurde gelöscht? Sticks? Och ne, Jungs. Sticks hätte ich gebrauchen können, actually. Oh, bitte lass es die gute Suspicious Doe sein, bitte. Jawohl, okay. Oh, ne, es war nicht die gute. Perfekt, ich dachte eigentlich, wir haben eine Situation, aber bleibt das. Vier Sekunden ist jetzt nicht so schlimm. So, wir haben ein Dorf. Es sieht nicht so aus, es wäre hier viel los. Wir holen jetzt hier Weizen mit, machen daraus zur Hälfte Brot. Die andere Hälfte lassen wir umvercraftet. Dann geht's ab zum Lavasee. Hoffentlich finden wir direkt eine Festung. Und ich habe wirklich Angst davor, dass wir später am Endsein werden und ihr wieder die Pfeile löscht. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Ich traue es euch zu. Spektralpfeile wäre halt smart. Ja, das stimmt schon, ist ein guter Call. Ich mache jetzt hier die Hälfte, benutze ich für Brot. Ich mache jetzt wahrscheinlich direkt eine Iron Pig. Ein Shield. Da haben wir genau genügend Holz sogar. Let's go. Instant. Oh, der Eimer ist sehr, sehr gut. Obsidian wurde mir geklaut. Aber ich hatte doch nur zwei Obsidianen. Dorf Nummer zwei. Ich suche einen Lavasee. Was jungen die zwei Obby? Ja, true. Oh! Okay, passt auf. Ein Cleric im Dorf zu haben ist sehr gut. Erstens, das heißt, wir müssen weniger Blazeroth fahren. Zweitens, das heißt, wir müssen weniger travelen. Und wir können direkt traden. Wir machen die jetzt hier arbeitslos. Hat der gerade Eisen gedroppt oder bin ich blöd? Wir brauchen sechs Gravel. Gehen dann aber direkt einen Lavasee suchen. Was bringt uns hier in ein Dorf, wo wir traden, wenn wir keinen Lavasee in der Nähe haben? Wir placen jetzt drei Fletching-Tabels hier in die Mitte. Wir gehen actually noch nicht hin. Wir machen uns mehr Brot. Wir brauchen mehr Brot. Zack, zog, zog. Boom, boom, boom. Fletcher! Boom, boom. Und der andere auch noch. Zack, zack. Der dritte ist auch hier drin. Perfekt, alle beisammen. Wir holen uns direkt einen Bogen, weil der wird eh gelöscht. Aber wir können ja ein bisschen die Emeralds usen. Der Kollege gibt uns Pfeile. Mein Gespür sagt mir, dass da hinten ein Shipwreck ist. Mein Gespür sagt mir, dass da hinten ein Lavasee ist. Oh, äh, useless, I guess. Es geht, klar. Wir können schnell Ingotten machen. Das ist so viel Zeit, muss sein. Mein Iron Pickaxe ist weg. Ey, Leute, ich danke euch viermal, dass ihr immer meine Spitzer gelöscht. Das ist fast so schlimm wie die Achse. Ich sag, wie sie ist. Lavasee, let's go! Okay, bam. Einfach Daumen drücken. Bitte in die Festung. Oh, mein Gott! Ja! Ja! Oh! Wir sind so lucky. Ich fass es nicht, wie lucky wir sind. Oh Gott, wie viele sind denn hier, bitte? Ja, schieß mal alle gleichzeitig, bitte. Ah, hier ist ein Spawner. Das erklärt so einiges. Oh, mein Gott. Perfekt. Keine Blazerot. Ich lieb's, wenn die gleichzeitig schießen. Von zwei Seiten beschossen werden, ist unfair, Blazers. Könnt ihr aufhören? Let's go! Fünf Blazerots. Okay, wir haben zehn Blazerots und fünf Blazerots. Das reicht aber nicht, weil mir eh alles weggenommen wird. Warum place ich mal ein Crafting Table? Bin ich dumm? Ich bin dumm, ja, tatsächlich. Stone Pickaxe. Ach, Leute. Okay, pass mal auf. Das ist unfair. Wo ist das Portal? Da hinten ist das Portal. Let's go. Bro, ist das dein Ernst? Ist das... Hast du mich gerade in der Luft? Ich fass es nicht. Ihr denkt jetzt, ja, easy win. Nein. Erstens, ihr könnt jetzt noch drei, vier Mal unsere Items löschen, bis wir Enderpearls haben. Zweitens, ich weiß nicht, von wo wir kamen. Ihr habt jetzt so oft schon Water Bucket gelöscht. Hier, Water Bucket, Water Bucket. Aber ich hatte drei Buckets. So, wir haben hier die drei Fletcher. Wir holen direkt das ganze Holz mit. Wir müssen jetzt wirklich schnell machen. Zack, zack. Ich möchte nicht nochmal den Flaschentrade. Ihr wisst es, in den letzten Tagen, wie oft wir den Flaschentrade bekommen haben. Insane. Ich craft nochmal ein bisschen was um. Jetzt haben wir 16 Blaze Powder und 8 Blaze Swords. Immer noch genügend. Oh mein Gott. Okay, warte. Blaze Swords wurden geklaut. Das ist zwar... Autsch. Das ist wirklich painful. Aber ich habe mitgedacht, wir haben umgecrafted. Das heißt, wir haben immer noch 16 Blaze Powder. Und wenn wir alles richtig spielen, hat uns das nicht aufgehalten gerade. Oh nein. Ich habe... Oh mein Gott. Ich habe Buttons gemacht. Nein. Ey, das ist so ein Schusserfehler. Das ist so typisch. Tja, ich sage es nicht, wie es ist. Bitte. Bitte nicht Flaschentrade. Nicht der Flaschentrade. Ah. Ach Mann. Es ist jedes Mal... Wir holen jetzt wirklich so schnell es geht Holz. Wir müssen uns echt beeilen. Jungs, bitte enttäuscht mich nicht. Bitte. Wehe. Wehe. Kollege, du gönnst gleich. Wenn du nicht gönnst, bin ich sauer. Wait. Wir können wieder viel mehr Brot machen. Das ist viel entspannter für Sinn. Kollege, aufwachen. Dankeschön. Zack, zack. Bitch. Oh mein Gott. Emeralds wurden gelöscht. Wir haben gerade eben getradet. Ich fasse es nicht, was wir für Glück haben. Cleric Nummer 2. Bitte gebe mir den Pearl Trade. Bro. Ich habe so viel Zeit und Energie gewastet. So viel Emeralds gewastet. Das ist insane. Ich kann nicht mehr. Was machst du denn? Geht es dir gut? Ne? Ja, dann nicht. Zack. Wer will Cleric werden? Du. Wehe. Du gibst mir keine Pearls. Mein Blaze Powder ist jetzt weg. Nein, Leute. Nein, 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 nein. Ich habe zweimal eine Ladung Ender Ice im Inventar im Petto gehabt. Aber zwei von zwei Clerics haben mir den Flaschen-Trade gegeben. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal in den Nether, weil wir so viel Pech haben. Los, macht's. Ich will es gar nicht mehr jetzt warten. Blaze Powder wurde gelöscht. Jawohl. Ey, ich liebe euch, Leute. Ich liebe meine Zuschauer so sehr. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache, wenn er mir jetzt auch einen Flaschen-Trade gibt. Oh mein Gott. Jawohl. Wenn wir jetzt Pearls holen würden, das wäre dumm. Wir machen Hälfte, Hälfte, okay? Wir holen uns drei Pearls. Den Rest warten wir erst mal. Digga, ihr löscht jetzt zum fünften Mal schon mein Bucket. Könnt ihr damit aufhören? Wie wäre es damit? Ich kann mir doch direkt einen neuen machen. Hier, zack. Oh, war ja richtig worth it. Wenn wir jetzt Glück mit den Drop Rates haben, können wir direkt los. Und wir haben tatsächlich Glück mit den Drop Rates. Oh mein Gott. Ich habe mein Schild gelöscht. Kann das sein? Ihr seid richtige Rotzlöffel, Alter. Normalerweise würde ich sagen, ich gehe jetzt. Aber weil ihr alles löschen könnt, wäre das... Meine Axt! Ey! Axt. Och, Alter, komm. Also, das ist ja wirklich... Wir holen jetzt so schnell es geht Holz. Hoffen, dass unser Blaze Powder nicht weggevotet wird. Guckt, Matten! Wieso habt ihr mein Holz? War irgendwas Wichtiges zur Auswahl oder habt ihr gegönnt? Okay, wir haben anderthalb Stacks circa. Ist das genug? Das ist genug für ein bisschen was. Wenn wir vom Timing her lucky sind und kein Blaze Powder drin haben in den Abstimmungen, dann können wir jetzt sogar noch den Stronghold suchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh mein Gott, ich brauche noch ein bisschen mehr. Nein! Wir brauchen doch noch mehr. Mein Bett wurde gelöscht? Ihr habt mein Bett rausgevotet? Warum votet ihr mein Bett weg? Ja! Oh mein Gott, perfekt. Und jetzt, zack, zack. Jetzt haben wir nämlich genügend. Ich werde den Stronghold direkt suchen jetzt. Wir suchen den Stronghold nach anderthalb Stunden. 42, es ist nicht geploppt. Wehe! Meine Ender Augen werden jetzt gelöscht, Leute. Das kann ich echt nicht gebrauchen jetzt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind sogar relativ nah dran. Hä? Und wir haben es sogar noch wieder bekommen. I'm done. Ja, wir haben den Stronghold gefunden. Der ist unter uns. Come on. Ja! Glowstorm wurde gelöscht. Ich fass es nicht, was ich für ein Glück habe. Ich weiß ganz genau, ihr würdet so gerne gerade die wichtigen Dinge löschen. Wehe, meine Augen werden jetzt gelöscht, kurz bevor ich im Portal bin. Oh! Lecker, lecker, lecker. Das kann mir sehr gelegen. Oh ja! Wir haben noch eine Pearl! Jawohl! Passt auf. Power 4! Ja! Ey! Oh mein Gott! Okay, passt auf! Wir lassen das Buch hier drin. Wir nehmen es nicht mit. Ihr werdet es mir nämlich klauen. Ich weiß ganz genau. Solange wir es nicht gelootet haben, ist es nicht Cheating, dass wir es in der Kiste reintun. Richtig? Richtig. Ich habe genau zwölf Augen. Bitte lass uns nicht daran scheitern. Oh! Oh mein Gott! Eisenleggins wurden nur gelöscht. Alles gut. Alles gut. Da ist es doch! Hä? Okay! Wir haben es. Zwei Augen sind drin. Okay. Nein! Du hast mich vereben lassen. Ich hasse Silberfische. Ich habe wegen dir verebend. Oh! Oh! Ey! Das ist doch so frech! Das... Ich weiß, dass ich genügend habe, Leute. Aber trotzdem war es frech. Zuck, zack, zick, zack, zack. Bumm! Nach einer Stunde, 42 Minuten und 10 Sekunden haben wir den Stronghold gefunden und das Portal aktiviert. Aber wir werden nämlich nochmal ein bisschen den Crip holen. Oh! Ah! Ein Spawner einfach mal in der Library drin. Haha! Was? Yo! Was sind die Odds dafür, dass das... Dass das passiert? Okay, dass wir einen OP-Gap haben, ist insane. Leute, ihr löscht den nicht. Den OP-Gap... Lasst ihn mir. Ihr löscht den nicht. Wer? Wer? Okay. Apple wurde gelöscht. Aber zum Glück nicht die Golden Apples und Encharted Golden Apples. Zum Glück nicht unsere Schatzis. Einer von euch gelingen? Ja, genau. Du hattest doch. Du warst weit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Why not? Nehmen wir einfach mal... Nehmen wir drei Stacks mit. Es sollte ja okay sein. So! Oh mein Gott, ich hatte schon einen Mogen. Ich bin so blöd. Mein OP-Gap ist weg. Ich liebe euch. Danke! Ihr seid toll. Ich gehe rein. Wir gehen rein. Wir haben es gemacht! Wir machen es schnell. Wir holen das Ding. Crafting Table! Ich habe kein Crafting Table mehr! Ich mag euch nicht. Okay, Leute. Das Ding ist halt, ein Crafting Table zu löschen ist sogar, ein bisschen böser, als ich gerade dachte. Ich würde so gerne ein Schwert craften gerade. Aber es geht nicht. Okay. Tatsächlich hat sie sehr lange gepurcht. Ich kann mir jetzt auch keine Axt mehr craften. Seht ihr das? Das ist das Dümmste gerade. Ich kann mir keine Axt craften. Das heißt, wenn ihr jetzt meine... Wenn ihr jetzt meine Pfeile klaut mit der Abstimmung, dann ist alles weg. Okay. Dass sie direkt wieder purcht, wundert mich gerade wirklich krass. So schnell hintereinander. Ey! Nichts zu mir! Danke! Ey! Gigi! Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.